Sehr geehrte Damen und Herren, am Sonntag, den 25. Mai 2014, wählen die Bürger der EU-Mitgliedsstaaten das Europäische Parlament. Die Slogans auf den Wahlplakaten der großen Parteien in Deutschland sprechen aus, was sich viele Bürger sicherlich wünschen würden. Ein Europa der Chancen, nicht der Arbeitslosigkeit. Chancen statt Schulden. Ein Europa des Miteinanders, nicht des Gegeneinanders. Ein Europa der Demokratie, nicht der Bevormundung. Doch stellen wir diesen Wahlversprechen einmal einige Fakten aus jüngster Vergangenheit der EU-Politik gegenüber, dann ergibt sich folgendes Bild. Ein Europa der Chancen, nicht der Arbeitslosigkeit. Fakt ist, in den letzten vier Jahren stieg die Arbeitslosigkeit in den EU-Ländern von 9% auf knappe 11%. Das allein ist schon kein Ruhmesblatt. Dramatisch wird es aber, wenn man sich die größten Verlierer anschaut. In Portugal stieg die Arbeitslosigkeit von 10,6% auf 15,6%. In Spanien von 18% auf 26,7% und Griechenland von 9,5% auf 27,4%. Damit Europa mehr Arbeit und Wachstum schafft. Fakt ist, die Jugendarbeitslosigkeit, das heißt der Menschen im erwerbsfähigen Alter unter 25 Jahren, ist in den bereits genannten Verliererländern der EU geradezu katastrophal. In Portugal 30,1%, in Griechenland 44,4% und in Spanien 46,4%. Tendenz in allen drei Ländern steigend. Aber auch die restlichen EU-Länder geben mit Zahlen im hohen zweistelligen Prozentbereich ein äußerst armseliges Bild ab. Mehr Lohn, mehr Rente, Armut bekämpfen. Fakt ist, in den Jahren 2000 bis 2010 ist die Armutsrate allein in Deutschland, einem der reichsten Länder in der EU, um nicht weniger als 43,6% gestiegen. Chancen statt Schulden Hier ein paar Zahlen zur Entwicklung der Staatsverschuldung in den letzten 13 Jahren. Deutschland von 60 auf 82%, Frankreich von 57 auf 92%, England von 41 auf 93% des Bruttoinlandprodukts. Und die Verlierer sind auch hier. Spanien von 59 auf 97%, Portugal von 48 auf 124% und Griechenland von 102 auf unglaubliche 182% bezogen auf das jeweilige BIP. Ein Europa der Demokratie, nicht der Bevormundung. Fakt ist, im September 2012 ratifiziert die Bundesregierung den ESM-Vertrag. Allen Gegenstimmen aus der Bevölkerung zum Trotz und ganz zu schweigen von der inzwischen abgewiesenen Klage bedeutender Wirtschaftsexperten vor dem Bundesverfassungsgericht. Zur Erinnerung, ESM steht für Europäischen Stabilitätsmechanismus und meint, dass die Länder der EU sich verpflichten, bei Bedarf für die Bankschulden eines anderen Mitgliedslandes aufzukommen. Die Last tragen dabei die Steuerzahler, die heute und zukünftig kein Widerspruchsrecht haben. Ein Europa des Miteinanders, nicht des Gegeneinanders. Fakt ist, die EU hat den Putsch gegen die legitim gewählte Regierung Janukowitsch in der Ukraine mit unterstützt und sich schuldig gemacht, dass die Ukraine nun zerrissen ist und sich in der vermutlich größten Krise ihrer Geschichte befindet. Deren Ausgang ist völlig offen, einen alles vernichtenden Krieg in Europa eingeschlossen. Dies, meine Damen und Herren, sind nur einige Beispiele der aktuellen EU-Politik bzw. deren Auswirkungen bis auf den heutigen Tag. Wenn die Wahlplakate die Ziele der EU-Parlamentarier für die neue europäische Legislaturperiode widerspiegeln, dann stellt sich die Frage, woran haben unsere Volksvertreter denn bisher gearbeitet? Oder bewahrheitet sich eben doch die Volksweisheit? Zitat Denn allen vollmundigen Wahlversprechen zum Trotz steht Europa vor einem finanziellen Chaos und darüber hinaus nur wenige Schritte von einem dritten Weltkrieg entfernt und die Völker Europas werden weniger gefragt denn je. So erinnern wir zum Ende dieser Sendung an einen weiteren Spruch aus des Volkes Mund. Würden Wahlen etwas ändern, wären sie verboten. Die Entscheidung darüber, welches Wahlverhalten die deutlichste Botschaft an Brüssel sendet, bleibt natürlich jedem Wahlberechtigten selbst überlassen. Medienklagemauer TV wird auch in Zukunft die Entscheidungen der EU an ihren Wahlversprechen messen. Ihnen einen guten Abend. Mit dem europäischen Stabilitätsmechanismus ESM soll eine über den Regierungen stehende Instanz geschaffen werden, die unbegrenzt Geld drucken kann. Die Folge? Hyperinflation. Ursprünglich sollte sich das Stammkapital auf 500 Milliarden Euro belaufen. Dann einigte man sich im ESM-Vertrag auf 700 Milliarden. Zuletzt haben die Finanzminister der Eurozone 800 Milliarden Euro beschlossen, die alle Euro-Staaten anteilig erbringen müssen. Eine wirkliche Obergrenze gibt es nicht. In Wahrheit soll Liquidität für das Bankensystem geschaffen werden, das inzwischen ein Minenfeld von Billionen Euro nicht deklarierter Schulden ist. Es passt also, dass der ESM sein Darlehensvolumen und Stammkapital regelmäßig selbst überprüfen wird und sie jederzeit verändern kann. Die Parlamente haben in diesem Regelwerk keine Möglichkeit einzugreifen. Sobald ein Land aber selbst Rettungsgelder braucht, um die Märkte zufriedenzustellen, fallen die Beitragszahlungen dieses Landes zum ESM natürlich aus. Spanien fällt sofort ins Auge, aber Frankreich ist neuerdings auch Gegenstand neuer Spekulationswellen. Der ausbleibende Betrag wird dann proportional allen übrigen Mitgliedern aufgebürdet, bis keiner mehr kann. Es sollen, wie früher bei Griechenland und dem EFSF, vorgeblich nur Staaten gerettet werden. Aber die tatsächlichen Nutznießer sind notleidende Finanzinstitute. Mehr noch, der ESM soll eigene Zockergeschäfte auf den Finanzmärkten betreiben. Derselbe irrsinnige Spekulationszirkus, der zur Finanzkrise geführt hat, sollen mit Staatsgeldern betrieben werden. Der ESM soll sich nämlich in sogenannten Anleiheroperationen engagieren. Das heißt, er wird auf den Märkten mit Wertpapieren aller Art handeln, auch mit denen die, Zitat, Banken, Finanzinstitute oder sonstige Personen und Institutionen loswerden wollen. So wird der ESM zu einem Hedgefonds der Superlative. Seine Aktivitäten werden von allen Staaten der Eurozone subventioniert und abgesichert. Und wer bestimmt die Vorgehensweise und das Risikomanagement dieses staatlichen Hedgefonds? Die Direktoren des ESM unter sich. Deutschlands Anteil des ESM-Kapitals ist 27 Prozent. Das heißt, dass dieser Schlüssel auch für alle Erhöhungen gilt, wenn die Beiträge anderer wegfallen oder wenn Verluste wettgemacht werden müssen. Gelddrucken. Schon immer die Lösung einer Finanzoligarchie für Bankenkrisen. Dabei leiden die Menschen, die am wenigsten Verantwortung für die Krise tragen. Sie werden durch die brutalste Form der Enteignung, Hyperinflation, in den völligen Ruin getrieben. Die allermeisten wissen aus der Familie, wie die Hyperinflation der 20er Jahre wirkte, welche realen Konsequenzen es hat, wenn Grundnahrungsmittel Tausende oder gar Millionen kosten. Genau darum geht es hier. Megaspekulant George Soros forderte erst vor kurzem, die Deutschen sollten ihre Angst vor Inflation überwinden und sich für die Ausweitung der Geldmittel bereithalten. Ist der ESM in Gang gesetzt, werden die Parlamente nichts mehr zu sagen haben. Das Recht des Parlaments, den Haushalt des Landes festzulegen, wird damit de facto abgeschafft. Anstelle gewählter Repräsentanten werden ungewählte Regierungsmitglieder und ernannte Privatpersonen die Macht haben, das Stammkapital des ESM zu bestimmen und auf die Bundesfinanzen zuzugreifen, wie sie möchten. Der Gouverneursrat, der aus Gesandten der Finanzministerien besteht, handelt vollkommen unabhängig von den Regierungen und ernennt das eigentlich ausführende Organ des ESM, das Direktorium. Die Gouverneure ernennen je einen Direktor. Diese sind nicht gewählt. Sie können aus Denkfabriken, Banken und Versicherungen kommen. Es heißt lediglich, sie sollen über großen Sachverstand im Bereich Finanzen und Wirtschaft verfügen. Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit haben sie nicht. Josef Ackermann sucht vielleicht einen neuen Posten. Megaspekulant George Soros profiliert sich mit seinen Forderungen nach Freigeld. Das sind typische Profile solcher Akteure, die die EU für kompetent hält. Zudem wird in vielen Fällen bei Abstimmungen unter den Direktoren nur eine sogenannte qualifizierte oder sogar nur eine einfache Mehrheit benötigt. Und nur zwei Drittel der Stimmberechtigten müssen anwesend sein, damit die Beschlussfähigkeit erreicht ist. Auf diese Weise könnten wichtige Entscheidungen durch eine Minderheit der gesamten Stimmen zustande kommen. Ein paar Beispiele. Das ungewählte Direktorium kann mit nur 34% der Stimmen beschließen, Kapital nach Artikel 9 direkt von den Staaten einzufordern. Schlimmer noch, wenn sich der ESM bei den Anleiheroperationen verspekuliert und die Verluste mit dem vorhandenen Geld nicht auffangen kann, ist der geschäftsführende Direktor dazu befugt, die fehlenden Gelder direkt von den Staaten abzurufen. Dieses Geld muss dann innerhalb von sieben Tagen überwiesen werden. Diese überstaatliche Machtkonzentration ist also die Demokratie nach den Vorstellungen der EU-Bürokratie. Wo bleiben denn die Journalisten und Menschenrechtler, die immer mit leidenschaftlicher Empörung die Finger gegen andere Länder erheben? Wie armselig ihre moralische Autorität tatsächlich ist, zeigt sich dann, wenn angebliche Wahlfälschung und Machtzentralisierung in Russland angeprangert wird, aber die totale Entmachtung des Parlaments hierzulande mit biederer Zustimmung untertänig durchgewunken wird. Das spricht Bender darüber, welchen Wahrheitsgehalt die übrigen Meldungen dieser Journalisten haben. Es ist geradezu skandalös, den ESM als Lösung für die Finanzkrise zu bezeichnen, als Brandmauer gegen die Spekulanten. Denn der ESM wird Gelder der Mitgliedstaaten ausgeben. An Banken. Und da das Trennbankensystem noch nicht eingeführt ist, sprechen wir von genau denselben Banken und Finanzinstituten, die spekulative Angriffe gegen Staatsanleihen unternehmen. Der ESM wird also genau den Prozess beschleunigen, der die Staatsschuldenkrise erst zum angeblichen Problem gemacht hat. Hier wird Öl ins Feuer gegossen. Das gesamte Konzept des ESM ist vollkommen inkompetent. Es verursacht eine Zerstörung der Lebensgrundlagen und der Realwirtschaft in jedem Land, dem Rettungsgelder zugewiesen werden. Jegliche Gewährung von Geldern ist an Bedingungen sogenannter wirtschaftlicher Anpassung gebunden. Eine tödliche Formel aus Sparpolitik, Privatisierung und Liberalisierung, die den Zerfall der Volkswirtschaft noch weiter beschleunigen. Das entspricht den sogenannten IWF-Konditionalitäten, die in 40 Jahren keinen einzigen Erfolg hatten. Will der ESM an ein Land Rettungsgelder vergeben, tritt automatisch die EU-Kommission auf, um zusammen mit EZB und IWF dem Empfängerland diese Maßnahmen vorzuschreiben. In Griechenland und Italien wurden zur Durchsetzung solcher Anpassungsmaßnahmen ganze Regierungen ersetzt und die Technokraten Monti und Papademos als Aufseher an die Macht gehievt. Solche Staatsstreiche werden mit dem ESM die Regel. Jede Regierung wird zur Regionalverwaltung für die Durchführung der Spardiktate. Und wenn ein Mitgliedsstaat den Anpassungsprogrammen nicht nachkommen oder seine Zahlungsversprechen an dem ESM nicht einhalten kann, wird ihm das Stimmrecht entzogen. Zusammen mit dem Fiskalpakt bedeutet der europäische Stabilitätsmechanismus eine erschreckende Kompetenzübertragung weg von den gewählten Parlamenten. Außerdem soll der Fiskalpakt, wie Bundeskanzlerin Merkel neulich verkündete, Ewigkeitscharakter haben. Es kann niemand aus dem Fiskalpakt austreten und er gilt für alle Zeit. Schulden zu bedienen wird also auf dieselbe Stufe mit Menschenrechten gesetzt. Die visionslose Haushaltsdisziplin wird unveräußerlich. Mit dem Fiskalpakt wird wieder einmal die EU-Kommission ermächtigt. Denn sie soll bei den nationalen Haushalten Entscheidungsvorrang vor den gewählten Parlamenten haben, falls die Schuldenbremsen nicht wie verlangt eingehalten werden. Gerade dieser EU-Automatismus macht es den Regierungen unmöglich, in die Bereiche zu investieren, die überhaupt Fortschritt und Wachstum hervorbringen können. Wäre die Schuldenbremse unmittelbar nach 1945 in das Grundgesetz geschrieben worden, hätte es nie einen erfolgreichen Marschallplan und den Wiederaufbau gegeben. Wir verdanken den größten Teil unseres heutigen Wohlstands, der schweren Arbeit der Trümmerfrauen und den harten Jahren des Wiederaufbaus nach 1945. Menschen, die noch wussten, was Hunger bedeutet, haben das Land wieder aufgebaut, weil eine bessere Zukunft in Aussicht stand. Und dieses Erbe soll jetzt mit einem kurzen Anflug von Panik verraten werden? Der Gipfel der Schamlosigkeit des ESM-Konstrukts findet sich im Vertragstext dort, wo es um Immunität und Befreiung geht. Sowohl das gesamte Eigentum des ESM in vollem Umfang, als auch alle Gouverneure, Direktoren und Mitarbeiter sind gegenüber gerichtlichen Verfahren vollkommen immun. Im Gegensatz zu vielen anderen Teilen des Vertragstextes waren die Autoren in dieser Frage äußerst genau und penibel. Sollten also zum Beispiel Fälle von Betrug oder Veruntreuung eintreten, natürlich etwas völlig Fremdes in der heutigen Welt, kann dafür niemand belangt werden. Aber das ist nicht genug. Das gesamte Eigentum des ESM ist von Kontrollen jeder Art befreit. Und der ESM ist von jeglicher Zulassungs- oder Lizenzierungspflicht befreit. Das heißt, diese Kreise sind nicht nur nicht rechenschaftspflichtig, sie können auch nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Sie stellen sich über das Gesetz und sind damit unantastbar. Jetzt, wo der grundgesetzlich festgelegte Charakter unserer Republik klammheimlich durch ESM und Fiskalvertrag vollkommen verändert werden soll, bleibt uns als letzter Garant Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Staat. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Im Januar letzten Jahres ließ Attali die Katze aus dem Sack. In einer Rede über die Euro-Krise sagte er, die Krise sei nicht nur vorhersehbar gewesen, man habe sie sogar bewusst geplant, um eine starke europäische Haushaltsföderation zu schaffen. Alle diejenigen, die wie ich das Privileg hatten, bei der Abfassung der ersten Version des Maastrichter Vertrages die Feder zu führen, taten alles, um sicherzustellen, dass ein Austritt unmöglich wäre. Wir haben einen Artikel, der einem Mitgliedsstaat den Austritt erlaubt, absichtlich vergessen. Das war nicht sehr demokratisch, doch es war eine große Garantie dafür, die Dinge schwieriger zu machen, damit wir gezwungen wären, weiter voranzuschreiten. Giuliano Armato, ehemals Vizepräsident des sogenannten Europäischen Konvents, der die Europäische Verfassung ausarbeitete, gab in einem Interview einen Einblick darin, auf welchem Gedankengut die EU in ihrer heutigen Form ruht. Die Europäische Verfassung, wir erinnern uns, wurde in freien Wahlen sowohl in Frankreich als auch in Holland abgelehnt. Man wollte nun die Zustimmung des Volkes umgehen, also wurde der Vertrag von Lissabon geschaffen, über den nicht mehr die Bevölkerung, sondern nur noch die Parlamente abstimmen durften, außer in Irland. Aber die Iren ließ man so lange abstimmen, bis sie, aus der Sicht der Amatos und Atalys, die richtige Entscheidung trafen. In einem Interview mit La Stampa am 12. Juli 2000, erklärte Amato, Deshalb ziehe ich es vor, langsam vorzugehen und die Souveränität Stück für Stück zu zerbrechen und dabei plötzliche Übergänge von den Nationalen zu Befugnissen des Bundes zu vermeiden. Und warum sollen wir nicht in die Zeit vor Hobbes zurückgehen? Das Mittelalter hatte eine viel reichere Humanität und eine Diversität der Identität, die ein Vorbild sein kann. Das Mittelalter ist schön. Wie schön dieses neue Mittelalter sein kann, in dem es keinen souveränen Nationalstaat mehr gibt, der das Gemeinwohl verteidigen könnte, das erleben gerade Griechen, Italiener, Spanier und Portugiesen, deren Lebenserwartung angesichts der Kürzungen im sozialen Bereich auch bald wieder bei der des Mittelalters angelangt sein dürfte. Und erinnern wir uns auch, was der luxemburgische Premier und Finanzminister Jean-Claude Juncker, bisheriger Chef der sogenannten Eurogruppe der Finanzminister, bereits 1999 in einem Spiegelinterview verriet. Wir beschließen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, ob was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Ein weiterer, sehr wichtiger Wegbereiter der heutigen EU ist Robert Cooper, inzwischen Top-Berater von Lady Catherine Ashton, der sogenannten Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik. Einigen Zuschauern wird Coopers Ideologie schon bekannt sein, denn er war hochrangiger Berater für Großbritanniens Ex-Premier Tony Blair. Für die Politik der präventiven Kriegsführung, die Blair mithilfe gefälschter Gefahrenmeldungen 2003 gegen Irak einsetzte und die jetzt gegen Syrien und Iran angewandt wird, hat Cooper eine Vorreiterrolle gespielt. Cooper schreibt in seinem Buch, für das er 2004 mit dem Orwell-Preis geehrt wurde, welche Gestalt und welchen Zweck die EU heute haben soll. Die weitreichendste Form imperialer Ausdehnung ist die der Europäischen Union. Die postmoderne europäische Antwort auf Bedrohungen besteht darin, das System eines kooperativen Imperiums immer weiter auszudehnen. Beim Umgang mit der altmodischen Sorte von Staaten außerhalb der postmodernen Grenzen müssen sich die Europäer auf die raueren Methoden früherer Zeiten zurückbesinnen. Gewalt, präemptive Angriffe, Täuschungen, was immer auch für diejenigen notwendig ist, die noch in der Welt des 19. Jahrhunderts gefangen sind, wo jeder Staat für sich existierte. Im Dschungel muss man sich an die Gesetze des Dschungels halten. Nicht das gut organisierte Persische Reich brachte den Fall Roms, sondern die Barbaren. Selbstverständlich ist Koupe von der monetaristischen Zwangsjacke für die Wirtschaft Kontinentaleuropas ganz begeistert. Es fällt auf, dass die monetäre Integration in der EU genau dadurch erreicht wurde, dass die Geldpolitik den Politikern aus den Händen genommen und den Technokraten übergeben wurde. Maßgebliche Autoren der heutigen Europäischen Union zeigen uns also, dass dem Euro ein imperiales und auf das Mittelalter ausgerichtetes Konstrukt zugrunde liegt. Ein Imperium, das sich immer weiter ausdehnt und die rückständigen Nationalstaaten mit raueren Methoden in die Knie zwingt. Das ist das alte Konzept der Geopolitik, aus dem alle Kriege der letzten Jahrhunderte hervorgingen. Man wusste, dass der Euro von Anfang an nicht funktionieren würde, damit man später unter dem Vorwand des Notstands die gewählten Regierungen dazu zwingen könnte, der Machtergreifung der EU-Bürokratie und der Finanzoligarchie zuzustimmen. Der europäische Stabilitätsmechanismus ist daher eine logische Weiterführung dieser Vorstellung. Nichts liegt ferner als die Idee, der ESM sei ein gut gemeinter Versuch, die Finanzkrise zu lösen. Nur wer die Geschichte nicht kennt, kann auf die Propaganda reinfallen, diese EU sei modern, demokratisch, friedlich. Der sogenannte Vater des Euro und Befürworter einer Weltwährung, Robert Mandel, spricht ganz offen über seine Zielsetzung hinter dem Euro-Projekt. In einem Artikel über dessen Einstellungen schreibt der Guardian vom 26. Juni folgendes. Die Idee, dass der Euro fehlgeschlagen sei, zeugt von gefährlicher Naivität. Der Euro ist genau das, was sein Erzeuger und die 1% Reichen, die ihn unterstützten, vorhersah und beabsichtigte. In einem persönlichen Gespräch mit dem Autor sagte Mandel, der Euro würde seinen Zweck wirklich dann erfüllen, wenn die Krise zuschlägt. Wenn man die Kontrolle der Regierung über die Währung beseitige, würden lästige kleine Volksvertreter keine Möglichkeit mehr haben, Finanzmittel einzusetzen, um ihr Land aus einer Rezession herauszuholen. Mit dem Euro wird die Finanzpolitik aus der Reichweite der Politiker entfernt. Und ohne die Fiskalpolitik können Nationen nur dann ihre Arbeitsplätze erhalten, wenn sie die Marktregulierungen abbauen und dadurch wettbewerbsfähig werden. Mandel meint damit das Arbeitsrecht, Umweltgesetze und natürlich Steuern. All das würde vom Euro beiseite gefegt werden. Und der Demokratie würde man nicht mehr erlauben, dem Markt in die Quere zu kommen. Mandel habe dem Autor erklärt, die durch den Euro ausgeübte monetäre Disziplin erzwinge von den Politikern auch finanzpolitische Disziplin. Wenn dann die Krise zuschlage, bliebe den so wirtschaftlich entwaffneten Nationen nur noch die Möglichkeit, alle staatlichen Regulierungen abzuschaffen, massenhaft staatliche Industrien zu privatisieren, Steuern zu senken und den europäischen Sozialstaat auf den Müllhaufen zu befördern. Diese Politik ist die über 200 Jahre alte Politik des Freihandels, erdacht von dem britischen Ideologen Adam Smith und bis heute in Universitäten gelehrt. Man sollte nie vergessen, dass das britische Empire keine Nation ist, sondern ein globales Kartell privater Finanzinteressen. Freihandel und freie Marktwirtschaft sind deckungsgleich. Die Idee bleibt die Kontrolle der Finanzströme, wie Mandel es ja offen sagt. Die Idee bleibt die Kontrolle der Ordnung, wie Mandelkiała darüber. Das war sie vor, ver feeling die win income café 1950-odd. Die Idee bleibt die Kontrolle des Krieg diferentepaketant, dass die Zukunft entspricht empezar passiert. Vielen Dank.